Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Infovideo. Ja, wie ihr schon unschwer im Titel erkennen könnt, geht es hierbei natürlich um Halloween. Am 31.10. ist natürlich wieder Halloween und da habe ich mir überlegt, dass ich ganz gerne mal einen Halloween-Stream machen würde. Sprich, ich werde am 31.10. ab 17 Uhr auf Twitch streamen und wir werden ein paar Horrorspielchen spielen. Mal gucken, was ich da so finde, was ich mir da so vorbereite. Und das Ende des Streams ist sozusagen Open End. Also ich werde da jetzt keine Uhrzeiten nennen, wo ich sage, jetzt höre ich auf, sondern es ist wirklich Open End, bis wir keinen Bock mehr haben oder bis ich keinen Bock mehr habe. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen, außer schaut rein, wenn ihr wollt und wir sehen uns dann am 31.10. im Stream bei Twitch. Bis dahin, Tschüssi!